Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Drinking Storm Fantasy. Ich werde erst mal starten. Heruntergeladen habe ich es ja schon wie man sieht. Ach ja, vorgestern hatte ich ein Spiel gespielt, das hat YouTube ab 18 Jahre gemacht. Warum? Da war doch nichts ab 18. Ich verstehe das nicht. Äh, Serverwechsel. Hätte ich lieber erst noch den Download gemacht. Hm, ich mach mal einen kleinen Cut hier. Also, dann bis gleich. So, war gerade kurz auf Toilette und ich komm bei diesem Bildschirm wieder. Was ist hier los? Okay, 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 okay. Den siebten Tag spricht das erst. Naja. Da ist ja gleich großartig. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. War schon noch Diamanten? Ich habe doch letztens alle ausgegeben. Genau, ich war auch die ganze Zeit beim Bus stehen geblieben, damit er hier weiter in aller Ruhe immer wieder im Boss kelt, wenn er wieder aufgestanden wird. Anscheinend hat er das auch gemacht. Stufe 1. Da haben wir... Ok, nichts. Stufe 6. Fest abholen. Oh, übrigens ich habe mit dem Toilettengang habe ich 10, 20, 24 Minuten gewartet. Das ist heftig. Pull. 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 Was gibt es denn noch alles hier? Da hinten ist so einer... Ich hab von denen keinen einzigen... 10 mal öffnen... Ach, muss ja bezahlen... Von denen hab ich auch keinen... Okay, okay, okay... Ärger... Nicht genug Platz... Wie oft ich das hier schon gehört habe... Müssen wir hier raus... Okay, da geht's... Oh ja ja ja... Okay... 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 Ich glaub nur 10 waren das oder wieviel kommt man am wählen... Die sind alle besser wie meine Sachen... Okay... 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 Was ist das denn hier? Noch mal gucken. Geschichts-Dungeons. Schöne Geschichts-Dresse. Okay. Die Voraussetzung für diese Dungeon ist nicht erfüllt. Also hier kann ich doch gar nicht. Aber hier. Fünfmal. Schließen eins. 29. Noch eine Einzieger. Noch eine Einzieger. So. 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 Ich habe die roten Diabante nicht mehr. 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 Okay. Ich habe die roten Diabante nicht mehr. 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 Flügel auch noch verbessern. Flügel auch noch verbessern. Mein himmlischer Flügel. Ich habe die roten Diabante nicht mehr. 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 Und was haben wir hier? So, noch mehr? Noch mehr? Stopp mehr? Schwarz? Okay. Boah. Ok, das war's. Der Kammer, da ist auch noch ein Punkt. Ach, hier schon wieder. Ich habe zu viel. Jawohl. Wenn ich wüsste, ich das wegkriege. Oh, die kriege ich auch nicht weg. Oh, die kriege ich auch nicht weg. Wo ist der Kopf hier hin? Oh, ich habe noch gar nicht viel geschafft und ich muss gleich schon aufhören. Aufhören. Ohne Kopf, das ist cool. Wie viel Daumen hoch kann ich vergehen? Das war's gut. Gut. Das war's gut. Okay. Okay. Da war's. Nein, so ein Mist. Okay. Das war's gut. Okay. Okay. Ich bin Level 310 jetzt. Nepp, verwenden, verwenden, schnelle Mutation, Geht nix. Ah, meno, 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 meno. Kann ich beides nicht machen. Nur Juwelen. Wo kann ich meine Sachen anziehen? Ich bin hier, um zu verabschieden. Und ich bin immer im Moment. Ich bin hier, um zu verabschieden. 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 Heute bin ich leider gar nicht weit gekommen. Ich habe nur die ganze Zeit, die roten Punkte probiert wegzukriegen. Ich bin hier, um zu verabschieden. Iss ist ja, um zu verabschieden. Aber es geht auch noch gut. Dann gehts ja. 10 Level auf Feuer 10 Level auf Wasser Oder Eis war das, jetzt ist Wind und jetzt kommt Erde 10 Level auf Wasser Allerdings weiß ich noch nicht wo ich mein Charakter ein bisschen Sachen anziehen kann Schon so oft gespielt und ich weiß es immer noch nicht Ich weiß es immer noch nicht Man kommt immer so ein Zeichen anziehen und dann ziehst du es an und dann habe ich es angezogen. Aber ich habe ja hier so viele Sachen, die noch besser sind wie meine Sachen. Deswegen, das ist komisch. Oder es könnte auch sein, dass ich gar nicht für die in Frage komme, weil ich irgendwas nicht erfüllt habe. Naja. Ja, ich muss jetzt leider Schluss machen, denn ich muss gleich zur Arbeit. Und ich muss schnell noch mein Essen essen und dann muss ich los. Schön, da noch was geholt. Komm, wir machen das einfach alles weg hier. Irgendwann kriegst du hier so bessere Sachen. Nur mit dem weiß ich noch nicht, wie ich das mache. Transmutation. Und fertig. Und fertig. dann rennen wir noch schnell zum so Nur ein Dwarf kann es ermöglichen. Ach, ich bin nicht... Was sind die Bosse Bosse? Was sind die Bosse Bosse?